Freuen Sie sich also nächste Woche auf den ersten Einsatz der cleveren Detektivin. Doch nun, liebe Zuschauer, sind Sie bei uns auf ProSieben zu einer Reise in den wilden Westen eingeladen, bei der weder Spaß noch Spannung zu kurz kommen. Dafür garantiert Terrence Hill alias Nobody. Und Nobody ist der Größte, wie er ausgiebig unter Beweis stellt. Bei seinem Kampf für die Gerechtigkeit lässt er sich durch nichts aufhalten. Notfalls sprengt er den ganzen Berg in die Luft. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei unserer Western-Komödie. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei unserer Western-Komödie.